Es freut mich, dass wir heute so einen historischen Geburtstag feiern können. Friedrich Wilhelm Raiffeisen ist unsere Leitfigur und er ist zwar 200 Jahre alt oder wäre 200 Jahre alt und ich denke, er ist nach wie vor sehr jung geblieben, vor allem seine Ideen sind jung. Alles Gute Friedrich Wilhelm, alles Gute Raiffeisen, alles Gute eigentlich alle zusammen und er passt gut, euer Lotto. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.